Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Um Regen in die Traufe. Diese Welt ist der Hölle noch ähnlicher als die, die ich gerade verlassen habe. Wir dachten, wir hätten das ACS geborgen, bevor es die Russen knacken konnten. War ein Irrtum. Dann hat Makarov die USA zu seinem Sündenbock gestempelt. Als nächstes brach überall die Hölle los. Was wollen Sie mir damit sagen? Wenn man einen Ölbrand löschen will, braucht es eine noch größere Explosion, Sir. Sie saugt den Sauerstoff auf und erstickt die Flamme. Price, waren Sie zu lange weggesperrt? Kommen Sie zu verstanden, mein Junge. Shepard, sind Sie bereit zu tun, was getan werden muss, um zu gewinnen? Jederzeit. Unser Feuer ist ziemlich groß. Wir brauchen einen gewaltigen Knall. Sie waren einfach zu lang im Gulag, Price. Schalten Sie Makarov aus. Keine Zeit, wir müssen diesen Krieg heute beenden. Das ist keine Bitte, Price, sondern ein Befehl. Sie... Ah. Wir haben wohl die Verbindung verloren. Price, ich kann Roach auf meinem Bildschirm kaum ausmachen. Zu viele Störungen. Sehen Sie ihn? Over. Roger, ich habe Roach gefunden. Scheint alles in Ordnung zu sein. Gehen nach Nordwesten zur U-Bot-Basis. Over. Verstanden. Der Rest vom Team ist bei Kurs gelandet. Ziemlich weit im Osten. Sie sollen mit der Mission fortfahren. Neuformierung, falls möglich. Roach, mir folgen und außer Sicht bleiben. Kontakt, Feinpatrouille 30 Meter voraus. Fünf Einheiten. Automatische Waffen. Splittergranaten. Ein Schäferhund. Hunde. Ich hasse Hunde. Diese russischen Hunde sind nur Mieze-Katzen im Vergleich zu denen in Pribyad. Schön, dass Sie wieder da sind, alter Mann. Gerne. Wir folgen Ihnen leise und schalten alle Nachzügler aus. Geduld. Bloß nichts Dummes tun. Wir müssen Sie gleichzeitig ausschalten. Konvoi nähert sich. Außer sich gehen. Passieren lassen. Zwei von Ihnen machen eine Zigarettenpause. Jeder von uns erledigt ein. Gut. Bereit. Alle auf einmal ausschalten. Übernehmen Sie den links und seinen Hund. Sehr schön. Sehr schön. Gelap. Übernehmen Sie denuccentereduch. Geいうこと. Du wirst 바로 Mummeln. Mit trotzdem Herz schalten? Werden Sie die Wind mieten? Du wirst. So, wir hatten falsche Information. Die Russen haben mobile Raketenschnellung. Roger. Haben Sie ein Transportmittel gefunden? Ich bin dran. Ende. Beschuss! Achtung! Hier war! Die Beweilung! Los! Los! Langsam. Ihre Fahrzeuge können uns nicht so weit folgen. Passieren lassen. Anscheinend suchen Sie uns. Schmuck! Schmuck! Ich habe das gesehen. Hier. Schmuck! Schmuck! Ich bin jetzt hier unten. Pundestreife. Dreimann-Patrouille direkt voraus. Ausschalten oder nicht, Ihre Entscheidung. Gut gemacht. Große Patrouille auf 12 Uhr. Schallgedämpfte Waffe verwenden, wir müssen sie gleichzeitig. Schallgedämpfte Waffe. Zeit für ein Nickerchen. So, was ist mit der Luftunterstützung? Eine mit Luftboden Raketen bestückte Drohne ist auf dem Weg zu Ihnen. Roger. Dieser Kamm ist perfekt. Roach, übernehmen Sie die Predator-Drohne. Was ist gerade passiert? Da ist eine mobile Raketenstellung im Dorf. Sie hat unsere Predator abgeschossen. So, wir brauchen noch eine Predator. Los geht's, Roach. Zurückbleiben! Roach, Sie wissen, dass wir hier sind. Schnappen Sie sich eine andere Waffe. Zurück! Vorsichtig, schießen, Vorsicht! Verbündete Neandika, 12 Uhr! Oh Gott, was ist er? Schnappen Sie sich eine andere Waffe. Ich bin unterwegs! Sie sind schabt da! Gute Arbeit bei der Raketenstellung. Danke, aber wir müssen los. Die Explosionen werden ziemlich viel Aufmerksamkeit erreden. Grund! Ziel, 2 Uhr! Schnappen, Rausdeckung! Verstanden! Achtung! Der Weg ist ein Wettbewerb! Whisky! Aufdeckung! Roger! Bexen des Magazins! Aufdeckung! Mach's halt um! Regulieren den Vater! Durch! Kontakt auf Baumbuhr! Roger! Bexen! Durch! Rauch Deckung! Verstanden! Verstanden! Aufdeckung! Wir sind hier! Zeug! Kontakt bei mir auf 12 Uhr! Verstanden! Kannten Sie doch noch aufgeschrieben! Das war's für heute. Fähne, Fähne, Fähne! Was ist das? So, wir sind mit Ghost und dem übrigen Team zusammengetroffen. Roger. Die zweite Predator-Drohne ist fast bereit. Sie muss treffen. Diese Dinger wachsen nicht auf Bäumen. Da ist das U-Boot. Unter dem Kran. Roach, Verteidigungslinie mit der Predator angreifen. Auf die blinkenden Signale achten. Das sind wir. Das hat sie alarmiert. Die ganze Basis ist im Alarmzustand. Beheilung. Nur noch ein paar Minuten, bis das U-Boot abtaucht. Wir sind in der Kontrolle. Exakt! Flaupteckung! Da geht's um. Direkt indem erus ważne. Ja, Kriege muss franchise. Sagt! Rakete online. Wiederhole. Rakete online. Kuss! An herzlich başka Helikopter getroffen. Kriterste StEngels Consultor ist großartig. Das war's. Das war's für heute. Die Erektor-Pepa! Die Erektor-Pepa! Machete online. Machete online! Wiederhole, Machete online! Jede Erektor-Pepa! Der Mann, der Mann, ist hier! Guter Schuss. BTR zerstört. Aufdeckung! Back and forth! Track within a predatory gear tower site. Mehr als fünf Treffer. Gut gemacht, gut gemacht. Halt nach vorne! Die Aktie hoch! Wieder unterwegs! Da geht's online. Jester! Guter Schuss. Das waren mindestens drei Treffer. Ich kümmere mich um das U-Boot. Denk umgeben aus dem Wachhaus beim West-Tor. Roger! Da geht's online. Roach, wir müssen zu dem Wachhaus bei der Auge um Kreis zu schützen. Mir nah! Rakete online. Wiederhole. Rakete online. Okay, bin im U-Bond. Deckung geben. Ich brauche ein paar Minuten. Guter Schuss. Mehrere feindliche Fahrzeuge zerstören. Weitere Fahrzeuge im Osten. Die Drohne einsetzen. Der Kuss. Der Kuss ist online. Guter Schuss. Rekete online. Was zerstört? Kontakt mit dem Morden! Auf dem Dock neben dem U-Boot! Meine Patrone abgeschafft! Die Raketen-Silos vom U-Boot öffnen sich! Ich wiederhole! Die Raketen-Silos öffnen sich! Price, bitte kommen! Sie öffnen die Raketen-Silos vom U-Boot! Beeilung! Price, hören Sie mich! Raketen-Silos sind offen! Wiederhole! Raketen-Silos sind offen! Gut! Price! Nein! Stopp! Price, nein! Wir haben eine Rakete gestartet! Rakete in der Luft! Rakete in der Luft! Couch schwarz! Couch schwarz!